Und natürlich geht's auch weiter. Ich finde das super. Mit dem Remote-Play und den Capture-Karten und dem Konsolengedöns finde ich das einfach super. Wo ist denn überhaupt einer? Da oben. Warum hab ich den nicht getroffen? Ja, schön, dass ihr könnt alle super ins Horn blasen. Das macht ihr wunderbar. Ist das der Anführer? Ja, ja, sehr gut. Muss ich nur gucken. Also entweder lassen die bald nach. Das wäre optimal. Aber ich hab nicht so viele Pfeile, glaube ich. Das wissen die doch schon alle. Ist das überhaupt ein Anführer? Oder selbst nicht so ganz sicher. Wir müssen ja nämlich irgendwie beobachten. Kommst du her? Ja? Warum? Gut, 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 gut. Pssst. Jetzt hör doch mal auf zu schreien. Kann ich auch. Du, 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 du. Keiner weiß, dass ich hier bin. La, 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 la. La, la. La, la, la. Schieb mal was. Oh, ich hab auch Hunger. Ich hab auch Hunger. Ich kann da nix für. Ich hab selbst nix hier. Da müssen wir eigentlich was zu essen holen. Bist du zu Hause oder bist du mit dem LKW unterwegs? Blubbidi blubb. Ich könnte eigentlich mit nem Feuerpfeil... Morgen Abend geht's weiter. Hab mich gewundert. Oder hat keinen Bock zu quatschen. Ist einer noch am Brennen? Oder ist der gestorben? Tü, tü, tü. Gegen die Sonne ist das vielleicht ein bisschen dumm. Oh, der weiße Sand am Strand ist schon geil Also sieht zumindest in der Dämmerung ziemlich nice aus Ups Töte oder beobachte Ja, okay Ich wollte ihn eigentlich nur beobachten und nicht killen Aber ist okay Ja Ich hatte dich schon öfters dazu aufgefordert In die Lobby zu kommen Ist du dir sicher? Ja, ich bin mir sicher Okay Dann habe ich es nicht mitgekriegt Möglich Wie geht's, wie steht's? Gut Sehr gut Super Schade, dass ich hier nur Pfeile krieg Ah, drei Brandpfeile Super Ah ja, stimmt Ich krieg die ja immer voll Beim Munitionsstand Das hat nur nicht Die nächsten Tage darf ich einmal quer durch Deutschland fahren Yay Ja Ja Habe ich jetzt alle gesehen oder nicht? Äh, okay Du bist kein Playstation-Typ, ne? Nein Ich habe zwar eine, aber warum? Das Remote-Play funktioniert nicht so wie soll Okay Ich will mir keine 1080p-Walli geben und ich weiß nicht wieso Ich kann mir nur vorstellen, weil auch die Playstation 5 Einstellung gibt's halt nicht Dementsprechend bin ich leicht am Strugglen und Sony Support kann mir halt auch nicht helfen Das ist schlecht Ja Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, weil die Anzeige ist ja eigentlich HDR-Ready Dass ich, ähm, halt die Erweiterung von Windows dafür brauche Und die kostet halt 99 Cent Oh no Ja, aber ich weiß halt nicht, ob mein Obwohl, Prozessor müsste eigentlich scheißegal sein Das ist ja nur die Grafikkarte, aber Okay Aber eigentlich geht's mir nur darum, das Playstation-Remote-Tool reinzubringen Und dann müsste ich eigentlich auch die Playstation 5 erkennen HDR aktivieren Und ich weiß es echt nicht Weil manchmal habe ich ja echt so Pixelfehler hier Das liegt jetzt nicht an der Playstation, weil über die Capture-Karte läuft das einwandfrei Sondern über das Remote-Play Also, weil's mit LAN verbunden ist Okay Jo Ah, alles gut bei dir, Firefox Ja, muss ja Super Ich hab mir die Playstation 5 eigentlich nur gekauft, damit ich Ghost of Tsushima Und verbinden das in ordentlichen FPS spielen kann Alles andere Ja Scheißegal Ja Obwohl ich mir ständig ständig... Oh gut, Deutsch Scheißegal Ja Alles andere ist mir eigentlich relativ... Obwohl ich immer vergesse, dass ich gut... Ähm... Justin, du stinkst auch, du Lümmel Grüß dich Schön, dass du da bist Ich bin im Livestream, ne? Also... Wenn du Unterhaltung suchst Kein Thema Na ja, sicher tust du das, Justin Was ist das? Was ich überhaupt nicht machen soll? Zock Irgendwas Zock Guck mir zu Mach irgendwas Weiß ich nicht Geh Wäsche waschen Hab ich schon heute Siehste Warst du schon einkaufen? Ja Habe ich das jetzt befreit? Ja, hab ich Super Ja, letzte Woche ist aber nicht heute Doch Größ Für mich schon Na Ich überlege mir grad den Traum-Simulator zu holen Ja du, was? Spiel doch mal gute Spiele Junge Was für gute Spiele Ja gut, du hast glaub ich Stimmt, ja, ich hab dich verwechselt mit dem Basti Entschuldigung Mehr, mehr zweimal Der Basti hat nämlich ein ähnliches Logo Stimmt, wir wollten heute Ranch Simulator Ich hatte dich zum Ranch Simulator eingeladen Allerdings spiel ich gerade so gute Spiele Dass ich jetzt selbst nicht so ganz weiß Äh Was ich jetzt machen soll Ich hab mehr Spiele, als ich spielen kann Spielt alle Genshin Genshin ist ein gutes Spiel Genshin ist ein scheiß Spiel Vor allem hat es seit Isuma halt Wirklich seit dem dritten Gebiet Extrem am Schwierigkeitsgrad angezogen Das haben aber auch die Leute mitbekommen Und es wurde Ich bin kein Hater Nicht Oh, doch Vor allem wird Hater Oder Hater mit T geschrieben Äh, du bist Hater, nicht Hater Ja Wieso Hater? Was hab ich denn mit dem zu tun? Keine Ahnung Ach, was ist das denn? Nicht mich Ich glaub, er kennt den Hater gar nicht Ähm, hat jemand Erfahrung mit diesen Ähm Ohrstöpseln Blutusdinger? Ich weiß nämlich nicht, wie lange die halten Hä? Äh, ich hab mir jetzt Blutmusik Solange bis der Akku leer ist Ja, aber ich weiß halt nicht, wie lange der Akku ungefähr hält Ich hält nur, musst du drauf Irgendwo steht doch meistens bei Bedienungsanleitung Ja, die, die haben halt nur damit Ja Bedienungsanleitung Ja 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 Tü, tü, tü Womit haben die geworben? Dass die Dicken 13 Stunden halten Aber ich weiß halt nicht, ob sie Ja, siehst du Steht doch bei Send-by oder in Benutzer Ja Die müssen bei Die müssen alles angeben Ja Müssen alles angeben Ja, ich weiß Aber ich glaube nicht, dass die Aber wenn du's weißt Warum fragst du denn nach? Weil ich die Anleitung weggeschmissen habe Ja, dann guck im Internet nach Weil du bist so ein Idiot, ey Dann guck einfach im Internet, welche Sort Äh, welche Marke du hast Welche Das sind die billigen Die haben 25 Euro gekostet Von IZ Von dieser Mediamarkt-Marke da Oder wie die auch heißt Okay Folge der Spur der toten Mongolen Das mach ich doch Du spielst komische Spiele Hab ich da schon erwähnt Äh, ich spiele auf Ich spiele Ghost of Tsushima Du hast sogar nicht mal richtig reingeguckt Du hast keine Ahnung Hä, ich guck doch gerade bei dir rein Die ganze Zeit Das Spiel ist gut Das ist Müll Nur weil du's nicht spielen kannst Ja Ja, siehst du Oder weil er's nicht spielen will Nee, er kann's nicht Er würd's ja schon gerne, wenn er's könnte Du hast deinen PC in der letzten Zeit Noch nicht reingesetzt Äh, Dingsbums Ne? Ne? Du hast deinen PC in der letzten Zeit Nicht geupgradet, oder? Ne Ich hab mir neun gekauft Echt? Ja, das meine ich doch mit upgraden Ja, aber der Lieferzeit von Zehn Wochen Zehn Monaten Was weiß ich Echt? Ja Wo hast denn die den bestellt? Amazon Siehst aus wie eine Vogelscheuche Du sahst auch schon besser aus Amazon ist immer schwierig zu bestellen Ich weiß Gibst du mir meinen Hut Bist du jetzt dein Seltener? Ich hab halt irgendwas gesucht Was so Gerade mal an die tausend Irgendwann kommt Ich suche euren Anführer Er starb in Komoda Naja, theoretisch kann man sich ja ein bisschen schlau lesen Für einen Tausender kriegst du einen guten Rechner Ohne Grafikkarte Ja, ohne, genau Können sie rechnen, wenn wir kooperieren Ja, aber ich ja schon mit Ja, genau Denkst du, ich will noch mehr Geld ausgeben? Ja Obwohl die 1650er, die gibt es eigentlich relativ günstig Die 1650er? Ja Die Strohhüte sind geschwächt Leiden Hunger Sie werden ihr Leben nicht für einen Mann riskieren Auch nicht gegen Bezahlung Sobald unsere Heimat frei ist Bezahlt fürs Chimura dich Also generell sind die großen Grafikkarten eigentlich aktuell ganz gut im Blick Muss ich sagen Die 3090 und die 3080 Ti laufen eigentlich von den Preisen her akzeptabel mittlerweile Deine Männer Ja, ich hatte keine Sorge für sie Ja, die ist auch in Ordnung Muss aber eigentlich auch mal PC upgraden, aber auf der anderen Seite Du hast kein Geld Das ist nicht mal der Fall Ich habe halt eine Playstation 5 jetzt bekommen Ja, siehst du verkaufen sie wieder Ist Müll Das hier ist für Komoda Töte sie alle Ja So geht es mal sterben Ne, das Problem liegt halt eher da dran Dass ich seit der Playstation Seitdem ich die PS4 habe Und die Die Switch halt eher Dingsbooms Halt mit Konsolenspiele Deswegen bin ich halt am überlegen Ob ich wirklich noch Zweieinhalbtausend Euro in einen guten Rechner reinstecken soll Oder ob ich einfach sage Hey, das brauche ich jetzt nicht Ich brauche halt alles Die Grafikkarte habe ich jetzt erst erneuert Ist nicht das Problem Von daher Ja Das nächste was ich mir holen werde Ist erstmal eine neue Neues Handy Neues Handy Ist ein FD12 Ne, ich will mir ein 13 Mini holen Boah, du bist so übelig Wieso? Was werde ich ein? iPhone 13 Mini Ekelhaft Allein schon ein iPhone Ja Ekelhaft Weil es recht teuer ist Aber ich bin halt ein iPhone Nutzer Ich bleib bei Samsung iPhone bespricht Ja, Samsung ist Ich komme mit Samsung nicht so gut klar Und ja, ich habe auch ein Samsung Also Ich habe ein Samsung Galaxy A41 glaube ich Ekelhaft Ja, da hatte ich keine Wahl Doch Ne, hatte ich nicht Ja, wahrscheinlich immer noch besser als das X Aber was ich kann mal nachher Ich kann mal nachher Ich kann mal nachher Ich werde nicht scheißen Was, was für ein Handy von Sekunde, Sekunde Ich kacke Ja Oh go, ich hasse den Junge Ja, das habe ich auch gerade gelesen Deswegen kacke ich gerade so ab Du kannst besser als früher Ja komm, wir sterben So, ich habe jetzt nicht verstanden Ich habe jetzt nicht verstanden, was ich in der letzten Zeit gesagt habe Was im Spiel gerade hektisch wurde Bestellen Pokémon Go Vor allem Brauche ich mein Handy auch nicht zum Spielen Weil ich einfach mittlerweile eine Switch habe Ja, aber dann kannst du ja wenigstens draußen rumlaufen und spielen Und nicht nur drinnen Genau Ich bin den Ich will aber nicht so viel draußen rumlaufen Ich bin den ganzen Tag schon unterwegs Ja, du kannst dir ganz viele Eierstöpfen nehmen Ne, kannst du nicht machen Wir haben bei uns einen Funklauch Ja, wir auch Und jetzt? Du hast Das Spiel benutzt ja die Sag schnell Ich fahre sowieso meistens mit dem Auto hin Also das funktioniert nur, wenn du läufst Und so viel laufe ich jetzt auch nicht unbedingt Dein GPS musst du erkennen, dass du unter 10 kmh bleibst Ja, aber wenn ich kein Netz habe Wieso immer ein GPS das? Weil es über Standorte läuft Ja, eben, du Das ist mir scheißegal Mir aber nicht Mir gefällt das Spiel nicht Punkt, aus, fertig Aber, aber Pokémon Aber, das ist aber wieder da drin Das ist mir wurscht Punkt, aus, fertig Pokémon ist Pokémon Also an sich Ja, aber ich werde jetzt erst mal Die neuen Spiele Spielen Ja, alles gut Ich habe sowieso erst mal Ich habe sowieso erst mal mehr als genug Spiele Vor allem die nächsten Spiele, die ich mir bestellen werde Wir sind jetzt auch nicht unbedingt wenig Und meinen Reis Und da habt ihr noch Glück gehabt Wo sind die Mongolen hin? Richtung vor Ohira Verdammt Sucht Zuflucht im goldenen Teller Immerhin ein Ehremanier Wo warst du, Justin? Ja, mein Herr Ziehen wir weiter Mein Lager ist nicht weit Muss sich der Rentner halt bewegen Spiel mal Äh, was heißt Spiel mal Allerdings, Bums Sei mal so lange Unterwegs wie ich Ich morgens um Viertel vor sieben Das Haus verlasse Ja, du Du bist Du bist Ferngraftfahrer Du bist länger unterwegs Durchaus Aber ich bin ja Ich bin ja Ich bin ja auch länger am Arbeiten jetzt Auch Aber ich bin ja den ganzen Tag auch teilweise zu Fuß unterwegs Wann eigentlich Resident Evil 7? Nein, habe ich aufgegeben Und Metroid Jet werde ich auch nicht spielen Warum Resident Evil? Das wollte ich mir holen Und wollte es mit irgendjemandem spielen Moment, welches Resident Evil? Ja Resident Evil 7? Warum kannst du nicht im Koop spielen? Nicht? Was ist das? Das ist ein Horrorspiel Das dachte ich auch immer Und Resident Evil Village Auch nur bedingt Ich glaube Ja, aber du hattest auch andere Residents Äh, Resis, wo du Koop machen konntest Ja, Resident Evil 5 Das habe ich mit Zui durchgepetzt Und Resident Evil 6 Ja Wie viele Männer hast du? Das können wir später nochmal auspacken Wenn euch das interessiert Warum? Aber ich will jetzt erst mal Die Correct Simulator jetzt auspacken Habe ich gehört Ich will mir jetzt erstmal Bayonetta 2 bestellen Bayonetta 3 Pokémon Kamesin Final Fantasy Crisis Core Komm, wir spielen jetzt Hobo Und Ähm Dingsbooms Plugtail Requirem Und das sind so die nächsten 4 Spiele Die ich mir gönnen werde 3 davon für die Switch Mach mal die Warum jetzt auf einmal, Justin? Ihr habt alle so das Spiel gefeiert Und jetzt auf einmal Ja, mach mal Rain Simulator Mach mal das, mach mal das Da kommen wir schon wieder bei zig Milliarden Spielen an Und kriegen keins zu Ende Ich hab keins deiner Spiele gefeiert Ja Du willst ja nur ein Spiel sehen Dread Ja, sicher Und gegebenenfalls vielleicht Pokémon Oder Super Smash Bros Wäre auch eine Idee Oh nein, da will ich dich aufs Maul kriegen Ja, deswegen Überall wo du aus Rollen kriegst Das gefällt mir Dann packen wir doch gleich Smash Bros aus Äh, äh, äh Mario Kart 8 Hab ich nicht Komm, wir spielen jetzt alle Ranch Simulator Hab ich gehört Das hat keiner Nur wir beide Ja Komm, ich kaufe es dir Ich hab grad Geld Ja, mir musst du es nicht kaufen Ich will es gar nicht haben Doch, du willst es haben Glaub mir, du willst es haben Nein Oh doch Für sowas So was Schmutziges Hab ich dann Platz auf dem Handy Äh, auf dem Laptop Und PC So viel Schmutz verträgt beim PC Nicht, tut mir leid Schon gut Bin jetzt auf jeden Fall erstmal gespannt Ob mein Wenn ich Farmer werden will Dann geh ich ins echte Leben Ja Du sitzt ja nur deine 10 Stunden Hinter dem Steuer Und äh Jodelt sie ein Da vor sich hin Ja und Ja Ich werde dafür bezahlt Aus dem Fenster zu gucken Und du Ja Ich auch Ich dachte du bist Ich dachte du bist Zimmermann oder Tischler Ne Ich hab gewechselt Was bist du denn jetzt Ja Du bist ein Kraftfahrer Also wirst du mir noch ewig vorhalten Oder Die Rüstung ist Echt Im ersten Lehrjahr Das ist okay Na dann viel Spaß Ja Geht doch Wir sind auch so ein Fenster Gucken Du siehst nicht so gut aus wie ich Aber Nicht übeln Normal oder Schwer Es gibt ja Es gibt ja Unterschiede Oder ist Lkw-Fahrer gleich Lkw-Fahrer Lkw-Fahrer ist gleich Lkw-Fahrer Ja genau Die einzige Ausnahme Die einzige Ausnahme Und die gibt's nicht diese Scheiß Giga Lkw-Fahrer Ja Da brauchst du Aber auch nur das Ja wobei Farrgup muss ja auch ein extra Scheiß Ja Was mich nicht groß interessiert Ich finde den Kinomo jetzt wesentlich besser Den wir Den wir jetzt von dem bekommen haben Um nochmal aufs Game Geschehen raus zu kommen Wir sind ja immer noch in der YouTube Aufnahme Echt? Ja ich mach Ich mach beides Deswegen feiere ich das ja über die Konsolen so ziemlich geil Wo hast du deine Ausbildung angefangen? Äh Ötchen Logistik Äh was? Ötchen Logistik Okay what the Kannst du keinen deutschen Namen haben? Nee Männer Wir rücken auf Kuno Nagel Oder was Will zuhören Äh Wie ne Nagel Äh Genauso wie Nagel Group oder Debeschenker Ja genau Daxa Daxa noch schlimmer ey Ja noch schlimmer Die fahren ihre ganze Karten nur kaputt Hä Hä Ur Logistik Kennst du die? Oh nein Wir fahren hier Wir fahren hier gut Wenn du das ihr weglässt Dann heißt das Wir fahren gut Ja genau Ja genau DHL Alles Scheißbücher Ja Es war jetzt nicht so eine glückliche Landung Aber so Äh das Ding ist Ich bin ja noch in der Feuerwehr Gestern so gestern Abend Schön Brandstiftung am DHL Äh LKW gehabt Wo ich mir so dachte Äh Ich glaub der hat ja immer kein Bock mehr auf DHL Oder Oder der hatte genug von den Äh Sie fahren nicht zu Hause Ihr Paket ist da und da Ja Hat er die Dinge einfach genommen und angesteckt Ja LKW angezogen Nee Nee Die haben äh Teelichter und äh Ein Grillanzug da auf die Reifen gelegt Weiß Ja Lol Die Frage ist Wie kommen die da Ah ok Über den Zaun geklettert Aber wie kommen die da aufs Gelände drauf Das war ein Alarm Ohne einen Alarm zu lösen Nee nee Das Ding ist Der stand außerhalb Oh no Der stand bei ihm Privat zu Hause Ja Da kann auch Mir was Verdecken Ach Egal Sind immer noch offen Das war ein schönes Schaumbad gestern Kann ich mir vorstellen Ja stimmt Mit Wasser löschen ist ja gerade ein bisschen schwierig Ne Es gibt ja Gute Knappheit Also Also fährst du auch Äh Brücken und sowas Oder Hast du genau was bei dir in der Firma Ja Momentan fahr ich Fahr ich Äh Halt Äh Auflieger Ja wahrscheinlich Wahrscheinlich erstmal nur Gar nichts Ich habe keine LKW Wahrscheinlich Ja Fahr Fahrschule Ja Fahrschule Abtich mit Anhängern Ja Jetzt fahr ich hauptsächlich Von der Sache Mit Wackste Ja Mit Oh Das tat weh Ja Ja Das tut immer weh Das ist normal bei ihm Was normal bei mir Bei mir zündet man Ein Wald mit Feuerzeug Und Brandbeschleuniger an Bei euch werden die Ja ich finde es halt Total Dumm Ich meine wir haben sowieso Schon so So eine große Hitzewelle Da braucht man nicht noch Muss man sich nicht noch Manuell machen Ich Das ist Das ist Der ist gut Warum nicht Warum sollte man das Oder Bei uns Zündet man einfach Eine Lackier Anlage Stilgelegt ist Und man einfach Eine scheiß Zigarette Rein wirft Eis In Hannover hat ja Das eine große Buslager Wo die ganzen E-Busse drinstehen Ja ich weiß Hab ich gelesen Ja das Boah Das war eine Party Das kannst du Oh Ich hab mir das Ich hätte den Täter Den's behandelt Ich hätte den Täter Selbst angesteckt Ja Ich hätte den angezündet Oh fuck Ja eine 3 3 ist schlecht Oh Das kann schwierig werden Das wird immer schwieriger Vor allem musst du es halt Relativ schnell machen Was Dreieck X Dreieck XX L1 Oh wei Boah Komm schon Wie schnell soll man das noch Wie schnell soll man das denn noch machen Dreieck X Dreieck XX L1 Dreieck Okay Die wollen ja das Spiel halt nicht zu einfach machen Deswegen Alter ich brauch Na Ich brauch eine Sekunde um die Tastenkombination zu drücken Und es ist nicht schnell genug Ja Siehste Trotzdem zu langsam Okay Oh ja L1 Sollte man auch das Richtige drücken Ja Du bist ein Held Ne So Guck mal Ich hab die ganze Zeit R1 gedrückt Ja Justin Er ist ein Rentner Ich weiß Ich bin ja auch schon etwas älter Ich darf das auch Okay Du bist Du bist schon Rentner Er bringt gerne Sachen durcheinander Ja Er ist ein Rentner Graf der Rentner Muss ich nur gucken wie ich da reinkomme Das ist nämlich nur Mongolen Siedlung Rüberspringen Ne aber ich glaub da muss ich von der anderen Flussseite hin Ich hab aber jetzt auch keine Lust da rein zu Reinstürmen wie so ein Bekloppter Mach mal Warum nicht Genau Warum nicht Mach doch mal Ich mein das geht Das ist nicht das Problem Ja mach doch mal Aber es kann halt sein Dass die Gefangenen Bauen ich doch Alter ihr wollt doch sowieso nur Dass die Scheiße bauen im Spiel Ja sicher Es gab nie Ein Spiel Wo ich Wo ich zumindest mit Blub Spreche Dass ich Dass ich halt mal Ordentlich Das Spiel Ordentlich spiele Einfach nur Wo es Wo Scheiße läuft Gar nicht Klar Sterben Scheiße schwer Scheiße Und einfach nur ein Mist machen Nein Gar nicht Nein gar nicht Wie alt bist du 12 Und sowas für LKW-Fahrer werden ja So scheiße Leute in meinen scheiß Spedition ey Zehn Jahre warten bevor man überhaupt reinkommt Echt Ja Ja tut mir leid Mal gut dass ich Baustelle fahre Mal schnell was Ne 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 Ein Freund von mir Fährt Container Sag auf du bist ne Pussy Warum bin ich ne Pussy Ja Oder nicht einfach reinrennen Kann ich schon machen Aber du weißt Dass die Geiseln da sterben dann Was für Geiseln Hier zum Beispiel Die haben teilweise Gefangene Und die werden dann einfach Gekillt wenn du da reinrennst Wie ein Bekloppter Und dann kannst du es von vorne anfangen Ja ich lach doch nicht so behindert Warum nicht Das ist dumm Das ist dumm So Geiseln sterben lassen Ist auch Ja Wenn da jetzt keine Geiseln drin wären Wärst du durchgelaufen Das wär kein Problem gewesen Ich mein Jetzt wo ich die Geiseln Die zwei befreit hab Oder wo keine Gefahr ist Kann ich ja auch durchrennen Ich mein komm schon So schlimm ist es jetzt auch nicht Läuft doch gut Der ist nicht ganz so schlimm Das Spiel Ich hab eher das Gefühl Dass es schwierig ist Wenn du jetzt nur Pfeil und Bogen machst Oh so ein Bow-Only-Run In dem Spiel Das wär echt übel Du bist halt ein Samurai Wenn du halt nur Pfeil und Bogen spielst Das ist halt doof Ganz ehrlich Ja du hast ja auch viel zu wenig Pfeile Dafür Findest es nicht immer und überall Also dementsprechend machst du das schon Ist reinrennen die leichtere Wahl Ja reinrennen und sterben Ja das funktioniert ja nicht Bisher relativ So schlecht bin ich jetzt auch nicht Das ist kein Dark Souls Ja gut Ja wird gelaufen ne Ja gut Ich halt mal meinen Mund So Vorräte mitnehmen Aber es läuft eigentlich ganz gut Gucken wir ob es hier unten noch irgendwas gibt Aber Sieht gut aus Wunderbar Super Die Aufnahme ist jetzt bei 32 Minuten Ich würde sagen Ja ein bisschen was machen wir noch Das Legende von Tutai Aber hab ich doch oder nicht Ah ne das war Nein Das war nur ne Mongolen Siedlung Ah ok 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 Sollte vielleicht mal näher Warte mal warte mal warte mal Erweiterung der Legende Mittel Da kann ich hinreisen Da kann ich hinreisen Dann würde ich das markieren Wollen wir mal einen erweiterten Speicher Für die Playzie holen Ne Wow Ich verstehe es nicht Ich verstehe dieses trotzige Verstehe ich nicht Welches trotzige Warum Warum nein Einfach nein Einfach aus Verzüge Ich weiß das so lustig sein Ich weiß das so lustig sein willst Und dass es nicht funktioniert Aber versuche mal ein bisschen nachzudenken Kann ich ja gar nicht so viele Spiele spielen wie ich will Dafür brüchte ich ja ganzen Server Wenn ich so viele Spiele spielen würde Wie ich wollen würde Ach es geht Ich denke mal so ne 4TB HDD Festplatte Reicht für die meisten Spiele aus Und den Rest nimmt man eine 2TB SSD Und dann ist gut Ja gut Ja Den ganzen Server brauchst du nicht Aber so ein Server Rack Der hat dann schon einige Zettabyte Zettabyte Heißt das so? Ja Das heißt Oh Gott Das sind 1000 Gigabyte Perabyte meine ich Nicht vorher noch Zettabyte Ich meine es wären Zettabyte Ich finde meine Pettabyte So Es kann auch sein dass ich das verwechsel Ich will jetzt nichts beklagen Aber so ein Server Auf dem kann er Kilobyte Megabyte Gigabyte Terabyte Petabyte Exabyte Zettabyte Jabyte Also erst Petabyte Und dann Ah ok Petabyte Ok Ja dann habe ich das verwechselt Auf jeden Fall je nachdem wie groß der Server oder der Storage ist Hast du da halt schon teilweise bis zu 20,30 4TB Festplatten drin Mindestens Das weiß ich nämlich weil ich nämlich demnächst welche aufnehmen darf Die haben wir nämlich ausgebaut und in den Storage rum gesetzt Und dann müssen die erst vom Refurbisher abgeholt werden wegen Trusted Datenvernichtung Und dementsprechend ja habe ich mir die Dinge angeguckt weil jede Festplatte muss mit Seriennummer aufgenommen und registriert werden Schön dass ich dein Handy höre Finde ich gut Ich weiß Das kann man aber so nicht bringen Äh ja gut Mir wurde Mir wurde geschrieben Ok doch nicht Ist jetzt die Frage Ist das jetzt Wandelnder Händler Bauer sein Rechts das sind die Mongolen Eigentlich gegen die Mongolen Weil das zu Schima ist Die haben vielleicht doch die Arme hier Das ist doch Gingis Kanen Gut Er hat ja nicht geklaut Ich Ja Hasse die Speere Das ist ja echt mein Nemesis Weil die gefühlt echt viel Schaden machen Und ich die Technik von dem Scheiß nicht so geil finde So Bin ich eigentlich an dem angelangten Ort angekommen? Nein noch nicht Da ist noch ein Pferdchen Wunderbar Den Ort würde ich sagen den gucke ich mir noch an Und dann Sind wir eigentlich soweit Ready to go Dann können wir mal gucken ob wir irgendwas zusammen zacken wollen oder nicht Je nachdem wer Bock hat Äh Justin ist bei dir deine Vorbestellung schon angekommen? Oder Musst du noch auf Speicherkarte und Smash Brothers warten? Ich meine du hättest dir beides bestellt Ich bin mir aber nicht ganz sicher Noch keine Mail Das haben sie zu mir auch gesagt Dementsprechend muss man halt Es ist immer schwierig Bei der PS5 haben sie mir auch keine Mail gegeben Dafür brauche ich mehr Fernkampf Pfeil Pfeil Kapazität 16 ist das maximal was man haben kann Ich brauche Raubtierfälle Wir sehen uns wieder Munition und Ressourcen Ne brauche ich nicht Verkaufen muss ich auch nichts Okay Der Mediamarkt ist generell lahmarschig Also ich muss ganz ehrlich sagen Ich war relativ begeistert Also ich habe zwar die Mail nicht bekommen Aber ich bin Samstag einfach hin Hat mir am Montag die Playstation 5 vorbestellt und am Samstag habe ich sie bekommen Also ich kann das jetzt nicht Was das angeht Kann ich jetzt nicht bestätigen Justin Aber kann ja auch von Markt Von Dingsbums Location zu Location unterschiedlich sein Hier in der Studentenstadt Ist es glaube ich ein bisschen angenehmer Ja Studenten Ja da bekommt man auch alles schneller Weil Studenten brauchen halt auch mal Sachen Ja aber nicht Konsolen und Scheiß Doch Warum nicht Genau Also brauchen schon aber nicht dringend Also da würde ich jetzt nicht unbedingt auf Speed achten Ja es gibt ja auch so Spieleentwickler oder sowas Siehste Dafür brauchen sie Konsolen Ja aber das machen dann die Firmen selbst Und die kriegen dann spezielle Konsolen Mit einer normalen Konsole kannst du als Spieleentwickler Nichts anfangen Du brauchst dann schon eine Konsole Die für die Entwicklung von Spielen um Gemacht wurde Du kannst ja nicht einfach eine 0815 Enduser Konsole benutzen Kannst du das bei dem Handy auch machen Bitte Kannst du das bei dem Handy auch einen Entwicklerstatus und so machen Beim Handy hast du aber dafür dementsprechende Accounts Wo du dann einfach mehr Berechtigung hast Bei Konsolen ist es ein bisschen schwieriger Vor allem kriegst du das dann meistens als Entwickler von den Firmen selbst gestellt Also Sony gibt dann den Entwicklern schon durchaus Entwicklungsexemplare Weil zum Beispiel hast du ja auch Features Die jetzt die Konsole ganz anders da ausreizen Ich zum Beispiel Das haben sie jetzt bei der Xbox Die Xbox X gemacht Series X meine ich Kleinbruder von der Series Nee von der S Die haben das Die haben Microsoft Hat jetzt ein Update rausgebracht Womit die Links oben Womit die Xbox 1 GB mehr Oder 100 MB Mehr RAM kriegt Sodass man da ein bisschen Mehr Schub kriegt Also ja Ist jetzt wahrscheinlich sehr Wird jetzt nicht unbedingt viel sein Aber Entwickler können jetzt durch das Entwickler Update Dementsprechend mehr Ja mehr aus den Games rausholen Und das ist jetzt auch für die End-User Freigegeben Oder wird bald freigegeben So Ghost of Tsushima YouTube macht's gut Haut rein Und